Hallo und hallo liebe Freunde, willkommen zurück hier im Spielepartys mit mir ist der Maxi. Es ist mitten in der Nacht auf der Center Map. Da oben fliegt schon wieder mal ein Riesenstück Kacke von unserem Fiumia. Ich weiß nicht, wie das immer da hochkommt. Egal. Und hier tummeln sich alle auf einem Haufen. Ich habe so das Gefühl, da war mal wieder was gefährliches. Aber wir haben inzwischen genug Bodyguards, die uns da beschützen. Und ihr seht hier, unseren Phony Dragon, der ist erwachsen geworden. Es ist ein richtig hübscher Phony Dragon. Und er hat jetzt mit dem Level, den ich ihm gegeben habe, 60.000 Leben. Ich denke mal, damit kommt er ganz gut klar. Aber ich will ihn natürlich noch reiten. Normalerweise macht man den Sattel in der Smithy. Aber hier macht man den in der Pugnatia Smithy. Und genau, das ist die hier. Das heißt, die müssen wir uns noch craften. Und wenn wir das alles aufbauen, dann wird es langsam ganz schön eng hier bei uns im Haus. Ihr seht, da habe ich den Fabrikator hingepackt. Hier ist der ganze Steampunk... Also das ganze Steampunk-Zeug. Äh, was brennst du durch? Nichts weiter, okay. Wir könnten uns hier mal wieder ein bisschen Holz reinziehen. So 2000. Wir haben ja noch genug. Dann können wir das auch wieder anmachen. Genau, nacheinander macht es dann hier die Kohle. Und wir können dann bald wieder Copper machen. Ihr seht, ich habe auch schon sehr viel Copper vorbereitet. Was wir dann ja hier in diese Copperplatten umwandeln müssen. Und das machen wir jetzt auch gleich mal. Ich habe letztens... Das sieht schon echt krass aus, wie das hier. Sehr schön. Ich habe letztens schon den Egg-Incubator gemacht. Nur bringt der mir noch nichts. Denn ich platziere ihn mal ganz kurz. So. Keine Angst, wir nehmen den dann wieder weg. Powered by Steam from the Steam Press. Tja, das heißt, wir brauchen noch eine Steam Press. Das ist natürlich... Schade, dass wir da jetzt noch was brauchen. Vor allem, weil wir überhaupt keinen Platz haben. Steam Powered Press. Genau. Used to create oil fertilizer, bla bla bla. Ähm. By Steam attaches to Steam Coil Generator. Egal. Jedenfalls, schaut mal, da brauchen wir auch wieder mächtig Ressourcen. Und das heißt... Wir müssen da schon noch ein bisschen sammeln, schmelzen, alles sehen. Aber okay, das soll jetzt erstmal nicht unser vorderstes Ziel sein. Hier haben wir schon alles gemacht. Da können wir das ausschalten. Das ist auch schon alles durch. Das geht relativ schnell, dass 2000 Holz einfach durch ist. Aber okay. Die Pugnazia-Smiffy, die setze ich jetzt einfach mal noch mit hier in die Mitte rein. Die sieht ja geil aus. Oh mein Gott. Die ist ja toll. Schaut euch mal den kleinen Bulb-Doktor drauf an. Oh Gott, ist das niedlich. Das ist ja so süß. Okay, aber jedenfalls können wir jetzt hier unseren Phony Dragon-Settel machen. Wenn wir die Metal-Linkets alle pullen könnten. Ich weiß nicht, warum das immer noch nicht geht, dass wir hier uns das Metall rausziehen können. Ist jedenfalls sehr schade. Ich weiß nicht, ob noch was fehlt. Könnte sein, dass Sementing Paste fehlt. Wir schauen einfach mal. Denn ich habe noch was kleines Neues. Oh ja, Sementing Paste fehlt. Was uns dabei eigentlich helfen sollte. Genau. Hier vorn unser Schneckslein. Ich habe mir, als ich über den Redwood geflogen bin, einfach mal eine Schnecke mitgenommen. Die kann ja hier... Wow. Die produziert echt gut. Die kann ja hier rumschnecken, wie sie will. Hier passiert ihr theoretisch nichts. Und ihr habt gesehen, die produziert mächtig Sementing Paste. Und ein Haufen Polymer. Das ist echt krass. Das heißt, wir haben eigentlich keine Sorgen mehr. Hier mit diesen Ressourcen. Und können uns auch direkt den Sattel für unseren Phony Dragon machen. Jetzt würde ich aber gerne nochmal schauen. Wir können Bionic Costumes machen. Ich glaube, das machen wir auch gleich mal. Denn ich würde gerne da mal meine Dinos sehen. Wie die da aussehen. So, als erstes mein kleiner Phony Dragon. Bitteschön. Jetzt können wir ihn auch reiten. Relativ schnell, relativ wendig. Sehr schön. Giftangriff. Perfekt. Das freut mich. So, Beastie. Du bekommst jetzt ein Kostüm. Bitteschön. Yo. Das sieht natürlich auch cool aus. Jetzt sieht Beastie gleich noch ein bisschen biestiger aus. Das wäre natürlich noch cooler, wenn diese Kostüme auch irgendwas mit den Stats machen würden. Also wenn sie jetzt irgendwie zum Beispiel den Angriff verstärken oder die Verteidigung, also Lebenspunkte, wenn sie das verstärken würden. Das wäre natürlich ultra cool. Und ich muss sagen, das Raptor-Kostüm gefällt mir auch sehr gut. So, hier haben wir unsere beiden Bionic Dinos. Richtig cool. Sehr schön. Dann schauen wir mal schnell noch, was noch alles so in der Smiffy geht. Consumer Structs. Hier können wir das machen. Ja. Sehr gut. Hier können wir das... Oh, super. Das hilft uns richtig beim Zähmen. Sehr gut. Das können wir alles hier herstellen. Oh mein Gott. Vielen Dank nochmal für den Tipp. Ich muss gerade mal nachschauen, wer von Team mit den Tipp gegeben hat. Ich glaube, es war Andreas. Vielen, vielen, vielen Dank. Mit der Pugnazia Smiffy. Genau, Andreas. Super. Ich habe das halt echt nicht gewusst. Weightless Food is great for baby Carnivores. Sehr gut. Das ist dann Baby Heavy Wars. Wow. Cool. Das fetzt mir. Jetzt will ich aber mal sehen, ob wir noch mehr Bionic Costumes... Okay. Rex. Und dann ist hier später noch ein bisschen was. Das ist ja okay. Ah, sehr gut. Denn ich habe nämlich auch vor, etwas zu zähmen. Und da passt es natürlich super, dass ich das jetzt gerade gefunden habe. Dass wir uns das herstellen können. Sonst hätte ich die armen Einhörner töten müssen und suchen müssen und töten müssen. Und ihr wisst schon. Warum hat mein Viehomir ja keine Bären? Was ist hier los mit meinem Beet? Schön. Ist alles verschwunden. Ach Mann. Ja, dann müssen wir das halt neu ansetzen. Ist ja kein Problem. Das können wir ja alles machen. Ich meine, unser Viehomir, das kackt ja auch fröhlich vor sich hin. Ist ja jetzt nicht so, dass wir da Notstand hätten. Und warum knurrst du da? Das war nett gemeint. Das ist ja auch so. No more room for Fertilizer. Sehr gut. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Und zwar hätte ich gerne einen Argentavis. Da weiß ich gerade gar nicht, ob wir zur roten Insel vielleicht fliegen. Hier habe ich auch noch Fertilized Rockdrake-Eier. 896 und 532. Hier habe ich das Fleisch zum Zähmen. Hier habe ich mein Fleisch. Okay, also eigentlich habe ich alles mit. Pfeile 20. Könnte noch reichen. Ich könnte aber nochmal eben ein paar herstellen. Da brauche ich ja nur Knocko-Berries und normale Pfeile. Das wäre vielleicht nicht das Schlechteste, wenn wir uns da noch zur Sicherheit ein paar mehr machen. Oh cool, dieses Biomic-Kostüm ist... Wow, wo ist der Wald hin? Wo ist der Wald hin? Das ist etwa durch die kleine Hütte, die jemand dort gebaut hat. Das hier... Oh. Da steht jemand. Hallo. Sorry. Okay, der hat das hier also alles abgeholzt. Wunderschön. Ich finde es natürlich toll, dass hier endlich mal ein paar Spieler um mich rum sind. Vielleicht mal im Chat gucken. Nein, geschrieben hat er nichts. Also war es wahrscheinlich auch nicht so unbedingt sein Titanosaurus. War ein Titan... Ja, war ein Titano. Ist natürlich ungünstig, dass da jetzt mein Wald so ein bisschen weg ist, aber ich suche mir ein paar anderen, wo ich dann meine Terries drauf rumwandern lasse, um Holz zu sammeln. Hier gibt es ja noch genug Bäume. Ich weiß auch nicht, ob er vielleicht gerade, weil er gebaut hat, das ganze Holz sich geholt hat. Kann natürlich sein, dass das alles noch nachwächst. Wie gesagt, mich würde es jetzt nicht stören. Ich finde es eher toll, dass hier immer mehr Spieler mitwirken. Und ich finde es auch schade, dass manche das Spiel so schnell durchhasseln und dann am zweiten, dritten Tag, wo man hier auf dem Server ist, schon einen Boss hat oder so. Das ist doch doof. Das ist Waldmied. Braucht man da sogar? Ah ja. Ach komm. Was willst du denn jetzt? Mach dich mal hier vom Acker. Sonst hole ich gleich Chucky und seine Braut. Und die werden dir dann zeigen, wo der Hammer hängt. Schlimm. Dass die alle denken, sie können gegen mich und meinen Trike bestehen. Naja. Naja. Ich bin kurz mal auf einer hohen Wolke. Ich bin gerade relativ sicher. Mich kann nicht so einfach besiegen wie sonst. Das finde ich schon mal sehr praktisch. Aber ansonsten bin ich wahrscheinlich für die Verhältnisse von anderen trotzdem noch ziemlich schwach. Schwächlich. Und sollte mich schleunigst beeilen, dass ich hier ein bisschen mehr auf die Reihe bekomme. Aber keine Sorge. Ich bin dran. Ich möchte mir jetzt ein Agentaris holen. Denn der kann ja auch ein bisschen mehr anpacken. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwo was zähmen, dann kann der Agentaris viel mehr tragen als jetzt der Petri. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich ihn haben will. Denn... Oh, ich habe Gehirne abgeahndet. Cool. Ja, denn ich möchte mir ein Ankylo holen, um Metall und Flint zu farmen. Da ist es ja durchaus praktisch, wenn man da einfach mal mit einem Ankylo durch so ein paar Metallvorkommen reitet. Und den gibt es halt auch so in dem Gebiet der Reaper im Schneegebiet und so. Deshalb nehme ich da ein Flugdino mit hin, fliege hin, zähne mir das dort und dann werde ich... Oh, sehr gut. Äh, kann ich den Ankylo einfach mit nach Hause tragen. Das ist jetzt so der Hintergrund von der ganzen Aktion. So. Ich graße hier bisschen was ab. Hier kommen ja auch schon Bäume wieder. Also, ich glaube nicht, dass die kleine Hütte jetzt da viel damit zu tun hatte. Du nervst, Diplo. Diplo, du nervst ganz schön. Und es ist auch nervig, dass du jetzt Schaden machst. Wobei es halt eigentlich nur logisch ist. So ein riesen Dino und der stupst einen nur weg, ohne Schaden zu machen. Das ist schon relativ unrealistisch. Deshalb finde ich das gar nicht mal so schlecht, dass er jetzt doch Schaden macht. Auch wenn es mich nervt. Man hat sich ja dran gewöhnt. Die Stupsdinos, die machen nichts außer Stupsen. Und jetzt machen sie auch noch ordentlich Schaden. Das ist natürlich eine Umstellung, würde ich mal sagen. So, machen wir noch zwei Pfeile. Und ich denke mal, das sollte jetzt auch reichen. Wir machen uns auf den Weg zur Roten Insel, um uns dort einen Argentavis zu legen. Das Schneckslein, das schneckt hier so vor sich rum. Ich würde mal sagen, wir nehmen Robin und nehmen den Teleporter. Packen das Schneckslein vielleicht vorher aus der Reichweite nicht, dass wir dann dort mit Schnecke rumfliegen. Ich hoffe auch, das funktioniert alles. Ihr seht's, Teleporter, perfekt. Ich habe mir auch schon einen Teleporter ausgestellt. Ich hoffe, das ist okay. Da, wo ich immer Siliziumperlen und Öl sammle, da habe ich mir jetzt einen Teleporter hingepackt. Und ihr seht's, da kämpft schon ein Argentavis Level 308. Das geht noch besser. Das geht alles noch viel besser. Dann ist erst mal ein Licht. Ich meine, okay, wir haben jetzt nicht so die krasse Verteidigung mit unserem Petri. Das ist jetzt auch nicht so ungefährlich. Das ist ein goldenes Licht. Ich weiß es gar nicht. Ich kann mal probieren. Ja, geht. Sehr gut. Flaggschuhe. Perfekt. Ja, sehr schön. Ziehen wir uns gleich mal an und ein Megalodon-Sattel. Das ist auch okay. Das ist gar nicht mal so schlecht. Dann müssen wir den nicht craften. Denn ich glaube, den Megalodon-Sattel können wir noch gar nicht. Wir können, glaube ich, auch noch gar kein Argentavis-Sattel. Aber wir leveln ja relativ schnell auf. Schon allein auch durch das Zähmen mit. Und ich denke, da sollte das nicht allzu große Probleme machen. So. Luft weg. Ich habe halt auch keine Ahnung, ob die Wechsel hier jetzt manchmal schneller sind oder nicht. Aber ich muss sagen, ich hätte halt gedacht, so hier ein bisschen am Rand findet man eher die Argentavis. Aber... Was steht jetzt hier, ne? Wevern. Damit legen wir uns nicht mehr an. Das muss nicht sein. Wir können ja mal hier drüben auf die kleine Insel gucken. Wir lassen das. Denn schaut euch das mal an. Skelett-Wevern. Alpha-Skelett-Wevern. Da ist natürlich vielleicht so ein Ei auch dabei. Aber nein, wir wollen weiterleben. Hier sind auch ein paar Nester. Es ist übrigens noch nicht so ganz klar, warum die Nester hier alle auf einem Punkt spawnen. Da ist sich das Team auch noch nicht so sicher, was das für einen Zusammenhang hat. Und ein Skelett-Quetz. Das wäre natürlich auch was Tolles. Hm, vielleicht bin ich doch zu stark davon ausgegangen, dass hier viele Argentaven sein werden. Ich glaube, beim Kampf in der Luft verlieren sie gegen einen Wevern. Haus hoch. Da ist noch einer. Und ein Argentavis. Ich habe einen gefunden. Level 784. Der wäre natürlich toll. Möchtest du mich angreifen? Möchtest du mal mit mir mitkommen? Lieber Argentavis. Denn du bist auch relativ hübsch. Ja, genau. Okay. War das der Argentavis? Nein, der Revan. Nicht, ich wollte dich nicht. Ich wollte nur den Argentavis. Aber okay. Wenn er mitkommen will. Kommt gar nicht mehr. So typisch. Verlieren dann gleich das Interesse. Aber ich habe so das Gefühl, mein Argentavis ist tot. Wenn ich mir das so anschaue, könnte es sein, dass der verbrutzelt wurde. Okay, wir können auch einfach mal dort rüber fliegen. Da ist dann... Ja klar, da wo wir mit Manni waren, da hat es eigentlich vor Argentaven nur gewimmelt. Da ist auch der grüne Obelisk. Zu dem werden wir nicht direkt gehen. Aber ich glaube, wir werden auch hier unten gut zu tun haben, wenn ich das hier schon wieder sehe am Rand. Hier sind Mammuten. Okay, wir landen mal kurz, so. Und jetzt gucken wir mal, ob und wann der erste Reaper kommt. Okay, anscheinend gar nicht. Ist ja nett. Ist ja nett. Jetzt will ich aber keinen mehr... Oh, da. Habe einen gefunden. Habe einen gefunden. Und der kommt auch gleich zu mir. Zwei gefunden. Und die buddeln sich jetzt. War das ein Alpha Reaper King? Super, der ist unter mir. Lass mich dich doch mal... Ja gut, ob man das jetzt... Nee, kann man sich leider nicht anzeigen lassen. Okay, ich habe auf jeden Fall Reaper Kings gefunden. Ich habe auch Argentaven gefunden. Und Wölfe. Das heißt... Wir bräuchten eine Stelle, wo es relativ sicher ist. Hier oben vielleicht. Kann ich von Petri ausschießen? Nein. War ja so klar. Okay, sicher ist jetzt relativ. Weil da vorne ist ein Rex. Und ich habe auch meine... Spikewalls nicht dabei. Mensch, bin ich schlau. Aber ich hätte auch genug Haut dabei. Das heißt, die Spikewalls wären nicht das Problem. Wir schauen uns jetzt mal um, was hier so für Agentaren sind. Falle ich schon? Ja. Was wir hier für welche haben. Zur Auswahl. Der ist ja relativ hübsch. Der ist 812. 504. Und dann war noch... 504. Dann hätte ich doch bitte gerne den 812er. Wo auch immer der jetzt hingeflogen ist. Äh, hier. Hey. Hey, dude. Hey, dude. Dude. Hey, dude. Was ist da runter? Da unten ist ein Reaper. Weißt du nicht, was Reaper sind? Ja, ja. Jetzt auf einmal. Hier ist es auch relativ sicher, glaube ich. Ja. Der Agentar, was kommt auch? Man sollte ihn halt auch treffen. So. Okay, dann machen wir jetzt einfach ein kleines Katz-und-Maus-Spiel mit ihm. Und locken ihn hin und her. Bis wir ihn mal treffen. Der ist halt auch relativ schnell. Uah. Ich habe ihn doch getroffen, oder nicht? Nein. Ihr das, oder nicht? So, wir lassen ihn rankommen. Und fliegen wieder zurück. Landen diesmal gleich. Und probieren es nochmal. Ja, genau. Dreh ruhig ab. Dreh erstmal eine Runde. Hier. Das ist die Flugbahn von dem Agentaris gesehen. Halt so gar nicht, wie man es vermuten würde. Hallo. Hallo. Ja, sehr schön. Agentarwissim mal anders. Okay, 120 Schaden hat er gemacht. Hat ihm anscheinend auch ausgereicht. Hat wohl gedacht, er hat mich besiegt. So. Fliegen wieder zurück. Landen. Und. Diesmal haben wir getroffen. So. Schauen wir mal. Ja. Also wir werden schon ein paar Pfeile brauchen. Vor allem, wenn der immer abdreht. Hallo. Wie dämlich bist du denn, du Federvieh? Ah, ein Poison für Terranodon. Das wäre schön. Aber die gibt es ja leider nur bei Anunnaki. Oha. Nicht mein Petri. Ja. Komm. Komm. Das ist halt auch schwierig. Zum einen, wenn der Petri so schlecht landet. Zum anderen, wenn das hier nicht funktioniert. Ich darf auch nicht zu weit dann wegfliegen. Sonst verliert er dann schnell wieder das Interesse. Ihr seht's. Genau so. Und dann dreht er an Bahnen ab. Die man nicht versteht. Oder man trifft ihn auch nicht mehr. Ist gar nicht mal so einfach. Hallo. Ich bin doch nun hier. Du könntest mich ganz einfach essen. Ich glaube, die haben die Agenturen dämlicher gemacht. Ich glaube, die haben die Agenturen dämlicherweise nicht mehr gemacht. Du, das ist schon okay. Ah, das gibt's nicht. Der sieht halt auch so cool aus mit diesem roten Pump da auf dem Kopf. Okay, der macht mir kaum Schaden. Okay. Der hat meinen Brustteil kaputt gemacht. Und dann macht der logischerweise doch so ein bisschen mehr Schaden. Na, Pfeil. Aua. Ist das schön. Dann ist es immer nicht so funktioniert mit dem Nachladen. Wie ich mir das denke. Ich weiß, ich zähme ein bisschen umständlich. Und jetzt hat er auch schon wieder das Interesse verloren. Was hat er gerade gemacht? Hat er sich gerade hingesetzt? Oder? Kommt schon. Na. Na gut. Allzu viel Schaden macht er jetzt zum Glück noch nicht. Jedenfalls bei mir. Na. Pidri. Ja, da liegt er. Schau dir das mal an. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Aber das Themen, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Er liegt auf jeden Fall hier. Theoretisch kann nichts mehr passieren. Wir sollten das schaffen. Erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal mit unserem neuen prachtvollen Agentar. Machts gut und tschüüü.